Ich denke, ich schaffe das geil gewesen. So. Die wird immer Stranger. Exotisch. Ja, stimmt. Exotisch. Den will ich dann nachnehmen. Ja, jetzt nehme ich ihn aber. Ich wollte gerade... Wob nehmen. Ich will auch so. Die kann hier unten weh. Ich glaube, da bringt mein Laser einen Scheiß direkt. An den denke ich nie. War gar nicht noch die Farbe. Lass doch nicht mal. Ich nehme die immer. Die Farbe war... Nee, war das die Farbe, die mich jetzt fertig gemacht hat? Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß immer nicht. Nee, ich glaube, das war Render, aber nicht. Ja, da war es Render, aber weißt du doch. Ich dachte, das war die Farbe trotzdem. Kein Wetter auflaufen. Wuhu. Jetzt bin ich im Arsch. Gut. Das werden schon mal keine Drei leben von der. Ich mag die ohne. Oh nein, der ist im Arsch. Wusch. Ja, dein Vieh macht mich noch kalt. Ja, die bin auch noch. Ich dachte, der kann greifen. Nein, kann er nicht. Du kannst mich kaputt machen. Das sagt sich gerade. Wop. Nee, nee. Oh, den konnte ich ja nicht. Dein Schild. Wie damals. Der Juta hätte Schild. Ist auch nicht besser. Der Rob an ihn immer. Also hier, wenn du denkst, das hat mit unten B, ist bei denen schlimmer. Der kann halt öfters. Ja, warum mache ich das immer so früh? Ich weiß nicht, wie ich später reagieren würde, wenn ich ihn brauche. Er ist tot. Wusch. Stimmt! Da war er was. Nee, ich in der Luft mache. Ich mach den immer auch. Ja, du hast dich zweimal dadurch fast gekillt. Nee, einmal hast du dich gekillt. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich weiß es noch. Erst mal einen schwarzen Sporn hier noch. Und der schwarze Sporn. Nein, ich höre nicht zu viel. Jetzt war bei Arbeiten der Vieh. Das war offensichtlich. Aber das war geplant. Wenn er so drei Jahre fliegt, dann... Ich kann immer noch nicht springen. Du hast den Scheiß retten. Weil ich auch immer noch unten retten will. Ich hab's auch nicht mehr so richtig wie früher. Ich sag' meiner Mutter, die sollen sich endlich mal verpissen hier. So, die machen. Hallo, ich hab denen gesagt. Die sollen sich verpissen. Mit dem kleinen Kind war nie mal abgesprungen. So, die sollen sich verpissen. Ah, übelst ins Gesicht und überall anders. Okay, Nummer ist tot. Verloren. Keine Ahnung wer, aber es hat einer verloren. Willst du nicht? Doch, einer muss verlieren. Ja, du. Ja, ich hab' den gestorben. Das ist doch nicht wahr. Wieder durch unsere Flüge. Bleib' jetzt mal ganz ruhig. Bleib' ganz ruhig. Bleib' ganz ruhig. Können wir mal nicht hier liegen? Oh. Oh. Oh, ach so. Wo? Ah. Alter, hab' gesprungen. Und trotzdem stehen sie no vor meiner Tür. Ja! Und dass du mit Pferden schon führst. Die Verlockung ist groß. Mit wem? Mit einer Seite. Oh nein. Nein, ne? Negaman! Negaman! Hahaha. Dann bist du ja spontan entschieden. Ich weiß ja, ich hab' den trainiert, man. Viel besser als alle anderen. Ich mag den eigentlich sogar. Ich kann ihn nicht. Ja, dann pass' nur auf, wie wenig ich ihn kann. Hahaha. Ah, ich hatte das. Oh, okay, ich bin tot. Das war, äh, das war, äh, pur, Skill. Hahaha. Das war Rosalina-Style, ey. Das war nur eine Mal anleiten. Hm. Ja, und jetzt hab' ich auch was gegen den Oben macht. Das war nur eine Sack-Bomben-Arbeit. Wup, wup, wup. Oh. Hm, 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 hm. Ach, sie sehen, ich muss einfach nur stehen bleiben. Ich hab' noch nie mal gemerkt, dass ich eine Gebombe dran hab. Hm. Ja, ich denke immer wieder, ich bin Samus. Hm. Oh, boah. Ich hab' grad'n Schild weggenommen, wie der Neue nicht macht. Komm' cooler. Jetzt mal den, die Zelda macht sie sich. Ist mich gerade, wirklich, Gebombe. Na, die Kugel-Bombt. Baaah Buh 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 Uuuuh Durchdenker Das werd ich's wieder unterbrauchen Magst diese Kugel nicht Die gehen auch irgendwie durchs Schild. Den lade ich nie auf. Der ist so kacke. Der macht auch nicht mal schauen. Nicht mal wirklich. Wenn du immer Schild hast, aber... Wie soll ich eigentlich, was der bringen soll? Im Tipp steht zwar immer... Beim Greifen kannst du extra Schaden machen, aber das ist auch kacke. Wenn du das nützes Retten hast. Ja, das stimmt. Oh, die Bombe. Na, sieh doch. Was geht ja? Oh. Aber durchlufen. Du, du, du kannst es einfach nie. Diese Chancen, die ich dir gebe. Das ist ein Schild. Ja, die Schild. Megaman-Style. Der trifft einfach immer. Cool. Das war nur eine Scheiße. Hallo. Hat mich noch nicht mal getroffen. Ich hoffe, ich werde ich auch stehen bleiben müssen. Das ist nicht so gut. Ich finde Chase macht das schwer. Hat sich gerade irgendwas special-gemäß, weil ich nur die Brasante hab, dass ich so mit dem Schaden schießen kann? Du denkst also du hast hier ein Mastermesser oder was? Nicht Erstmal ihn runterhauen Erstmal ihn runterhauen Das findest du also witzig Find ich hoch Scheiße Ich dachte ich bin tot Du konntest dich aufladen, wa? Ich wollt grad gar nicht aufladen Cool Jetzt wollt ich aufladen Das war ein Fehler Das war mein Gut Immer so knappe Kämpfe, was sollen sein? Ja, ich verliere irgendwie die meisten immer Trotzdem, ich hab zwei gewonnen Einen durch Glück Einen fair Also das mit Glück war mal auf Ja, das fair war mit Link gegen den Mac Das war noch schon meine Siege Doch ich Das ist meine Brille falsch oder nimmst grad wirklich die? Die ist in die in School Eigentlich ist die in School Ja, nur dass ich Mega-Mein-Grade hatte Nein Keine Ahnung Sonnengruß Im Weltall Du machst so viel Sinn Dann Wulff-Thema Schon fängt mein Scheiß an Ich kann nicht kontern Hitler Hitler! Die Spitze Dafür hast du das mittlere Schwert Mittlere Schwert? Ich versuch's denn einmal Ich versuch's denn einmal Ich mach mal wie du da brauchst Ja Das war die Die Ursache nicht kann muss ich eine andere können das war ja sehr speziell das ist nicht ich machen das war der große ist ja klar und soja mein großmann ja ich darf jetzt immer gemacht erst mal atmen das steht das ist ein stein gewesen wäre es das gewesen dann wollen wir nicht einen Konter magst du was nicht wenn ich so einen sicheren Angriff habe und das wird was werden was nicht getroffen und wenn man da dem was zurzeit zu innen da richtig wiedergegriffen Nein, nein, das ist spät gewesen. Das haben wir nichts. Nee, mach ich nicht. Gut eingeschätzt. Das war ja offensichtlich. Scheiße, wenn die im Füße um sind. Deine Füße gehören dann mal da unten. Das war der Tod. Der hat schon lange ein bisschen Leben weggeht. Wie ja. Wie ist denn nicht manchmal, was der abgeht? Erstmal geht, warte. Warte. Da ist mir nicht rausgesprungen, ne? Ja, stimmt. Du bist doch hinten. Kann nichts werden, aber was weiß ich eigentlich? Nee. Ist das bei Yenny auch so stark? Okay. Keine Ahnung. Brechen kann er. Das weiß ich. Die labert irgendwo da, ich verstehe es, ne? Ach so, der war doch noch voll. Woah. Kannst du mal lassen? Ja. Entwürgen. Toller Sport. Ich wusste es. Heute sind voll die guten Kämpfe. Nicht so eintönig. Ah, hab ich jetzt beide gewesen? Ja. Was war noch das? Einmal euch nachmachen wollen. Ach, das ist bei der so dumm. Da muss ja echt genau immer mehr sein. Das kann nicht sein. Doch. Der Sieg. Da wollte ich runter. Weiß gerade von einem Marth-Abklatsch gemacht. Den, den, der niemand nimmt, den niemand nimmt. Du möchtest also die Riesen-Plyschkugel nehmen. Naja, Plüsch. Riesen-Nackt. Ja, ich hab's ja.